Zeit, gegrüßt zurück zu Stronger Crusader. Die Zeit der Ankunft endet bald. Der 4. Advent ist ja jetzt schon vorbei. Und wir sind immer noch am Kreuzzug tätig. Und ich weiß nicht, ob das der Markt ist. So, wir können hier mal da hochgehen. Haben wir noch keinen Hopfen? Nein. Wir haben aber nicht nur keinen Hopfen, wir haben auch keinen Schinken. Bauen wir hier zwei Hopfenfarm. Und hier können wir mal noch ein Obstfarm. Und dann haben wir hier ja eine Menge Bögen drin. Wir sind immer noch auf 40, das ist erstmal okay. Ihr seid hier auf aggressiv. Ihr seid auch auf aggressiv. Wir sehen, dass wenn ihr das mal auslebt. Jetzt kommt man hier rüber. So. 4, 3, 3. Und weg. Dann können wir hier jetzt die erste Schränke hinbauen. Und dann bauen wir hier noch zwei hin. Da drei. Drei erstmal. Und noch eine Kirsche. Da haben wir auch noch keine. Ja, ich hoffe, ihr habt bis jetzt einen schönen Adventszeit gehabt. Die endet ja jetzt schon bald. Und Weihnachten ist ja schon am Samstag. Samstag sein. Dann kriegt ihr noch zwei Folgen. Wir geben unser Bestes. Flugbahn ist berechnet. Bin zur Stelle. Wir benötigen Gold. Ich bin im Moment am überlegen, ob ich ein Weihnachts-Special mache. Ich weiß nicht, ob es rechtzeitig fertig wird. Das ist so das Hauptproblem. Und deswegen kann ich nicht versprechen, dass eins kommt. Das werdet ihr dann wahrscheinlich sehen. So. Hinten sind wir eigentlich auch noch zwei Tüme bauen, sonst sieht das so eher aus. Können wir mal so platzieren. Ja, oder. Wir machen nur einen hin. Weil es hier Sturm ist. Okay, da kommt schon der nächste Angriff. Noch sind unsere. Ist unsere Wurzeln gut besetzt. Ich muss eigentlich mich mal ein bisschen ansetzen. um hier weiterzumachen. So. Flugbahn ist berecht. Schießt mal den Turm dort hinten ein. Und ihr schießt das rein. Ihr macht mal das weg. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Okay. Der ist weg. Dann hätte ich hier hinten gerne noch ein paar Bogenschützen mehr. Ach, deswegen sind dort vorhin Assassin oben gewesen. Ich habe die ja alle rübergezogen. So. Ist jeder von euch ein Turm ein. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Wir benötigen Steine. Wir nehmen neue Steine. Flugbahn ist berechnet. Hier schießt das kleine Torhaus ein. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Müsstet dann funktionieren. Müsstet dann funktionieren. Eigentlich können wir hier mal auf. Flugbahn ist berechnet. Und dann mag ich mal auf. Mauer du weißt. Müsstet dann kann ich da nicht bauen. Ach, weil da nicht ein Baum ist. Ich weiß. Eine Nachricht von Nasir. Meine Männer sind schneller als der Wind. Und leichter als die Schlange. Ihr Töt also recht sie zufrieden. Die scheinen bald weg zu sein. Dann können wir mal Bogenschützen herstellen. So. So, dann schiebt man das Ding ein, dann schiebt man das Ding ein. Die Türme sind alle weg. Gut. Ich füße dir jetzt die zwei Torhäuser ein. Ihr kommt hier rüber und dann dürfte es das für den Kalif gewesen sein. Es ist sogar sehr gut, dass wir dort hinten jetzt noch ein Ding haben. Noch ein Ballistturm. Ähm, warum schießt ihr nicht? Die Sonne, euer Blut austrocknen und der Wind eure Augen erwähnt. Kommt nochmal zurück. Ich weiß nicht, wie viele... Wir benötigen Steine. Meucht eine Nachricht vom Kalifen. Bewegt eure Armee, außer Reichweiter meiner Gute. Ich weiß nicht, wie viele berinnene Bogenschützen da jetzt kommen. Bin zur Stelle. Ob ich das abwehren muss. Ja. So. Verledigt ihr die mal? Gut. So. Ist auch weg. Dann haben wir noch ein paar Bogenschützen. Das dürfte dann jetzt gleich. Nächstes Ziel. Mensch. Mein Bogen ist euer. Okay. Das Torhaus ist weg. Und die Bogenschützen sind tot. Mag nicht wie ein Karottenhaus. Dann kommt jetzt mal her. Bin zur Stelle. So. Erschließt mal gemeinsam den. Und ihr erschießt den. Ich finde, dass ihr das Feuer schon mal ausgelöst habt. Das ist echt lieb von euch. Den Turm da hinten habe ich eh nicht wie übersehen. Den habe ich auf jeden Fall schon mal eingeschoben. Da kommen unsere Möncher. Und wir können eigentlich mal hochgehen. das Volk holt sich euch sein. Das funktioniert. Es werden Rekruten benötigt sein. Mein Bogen ist euer. Kriegt ihr es hin, den zu erschießen? Ja. Dann schreibe ich jetzt hier den Torhaus nochmal ein. Ihr schießt hier die Kammer ein. Den Korn speichern. So. Ihr seid die erste Gruppe. Und wie ihr schon gehört habt, kriegt es dann auch nichts weiter. Und wir werden jetzt anfangen, hier Bogenschützen zu platzieren. Unsere letzten wurden hier abgeschossen scheinbar. Das ist schade, aber nicht zu ändern. Wir haben glaube ich gar keine. Äh, doch, wir haben sie. Und da bauen wir das. So. Gut. Jetzt schießt mal das ein. Hier nochmal ein Kornspeicher. Und ihr geht rum. Das dürfte dann sogar reichen. Denn er kommt mit dazu, neue Bogenschützen auszulegen. Der E-Mir greift an. So. Nein, wirst du mir nicht. Hier geht man noch dort hoch. Der E-Mir wird ein Problem irgendwann. Denn ich glaube, der E-Mir hört irgendwann auf. Mehr Bogenschützen zu platzieren. Weil ich Rinderbogenschützen erstellen. Eure Befehle? Okay. Das ist nicht so gut. Wie soll ich mit jetzt kommen? Was schießt ihr überhaupt? Warum kam da jetzt ein berittener Bogenschütte raus? Ihr tut also recht, sie zu fürchten. Also erstens, ich bin jetzt gerade dabei, eine Armee abzustellen und eine Burg zu belagern. Von eurer Zerstörung ahnte man schon lange. Nun ist die Zeit gekommen. So. Die schwarzen Wege des Heeren ist auch unerwartet. Vergewählt. In Bewegung. Kommt mal hierher. Warum kommen die jetzt auch? Ja, das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. So. Wir sind erledigt. Dann können wir euch bald aufstellen. Ich will noch ein paar Bogenschütze mehr. Ich will noch ein bisschen aufpassen. Da wohne die Ballistkirme. Was hat er denn zerstört? Ach, dort hinten. Eure Befehle? Rücken aus. Eine Nachricht von Emi. So. Gar nicht so anstrengend, das alles. Äh. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, was er da... Er zerstört hier hinten ein paar Sachen. Bin zur Stelle. Wir geben unser Besten bereit. Da fehlt mittlerweile der Ballist. Mein Wohnen ist teuer. Ach, der ist schon gekauft. Mein Herr. So. Euer Gnaden. Eure Befehle? Belagerungsgeräte. Bin zur Stelle. So, der ist weg. Der Ballist auch. Ja. So, hier kommt es hierher. Wie können wir helfen? Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Okay. Konstruieren Belagerungsgeräte. Das ist immer gut. Sind auch alle nicht. Doch ein paar von denen sind. Aber nur die Baumeister. Die Geräte selber. Mein Bogen ist euer. Dann schießt er erst mal den Turm dort ein. Oh. Wie kann ich helfen? Ich glaube, das Torhaus ist kaputt. Eine Nachricht von Vazir. Meine Krieger haben mich im Stich gelassen. Dann... Der Bergschuld ist kommende. Dann gehen wir jetzt das Ganze wieder zu. Es werden Rekrut eine Nachricht von Nazir. Und wenn ihr uns eine Hand abschlägt, haben wir immer noch eine andere. Ja. Ja, das ist ja ganz... Ist, dass du dann noch eine hast, aber das ist mir egal. Fluchtbar ist berechnet. Wie sieht's hier aus? Ja, mein Torhaus verloren ist schätzenbereit. Was haben wir denn im Torhaus verloren? Jetzt das mal nicht. So. Meine schöne Mauer. Warum tut ihr das hier an? Meine arme Mauer. So. Was denn mit eurem Kornspeicher? Hier schießt man das ein. Hier schießt die Mühle ein. So. Das dürfte es dann im Proben und Ganzen mit seinem Geld gewesen sein. Bin zur Stelle. Jetzt werden wir dort rechts noch ein paar... Soldaten hinschicken. Um die Steinforkommen hier alle zu blockieren. Und wenn wir das machen, stellen wir schon mal ein paar Mönche her. Unsere Angriffskulonne aufzubauen. Eure Befehle? Da ist immer so ein Widerson-Kornspeicher. Den wollen wir hier. Fluchtbar ist berechnet. Mal auf die Bäcker und so. Okay. Und dann jetzt noch eine Gruppe von Bogenschüttern nach rechts. Es werden Rekruten benötigt, sagt ein Nachricht von Emia. Ich habe eure irritierende Anwesenheit nun schon lange genug erduldet. Es ist Zeit, die Schweißfliegen zu verjagen. Kommt mal her. Deine irritierende Anwesenheit. Flugbahn ist berechnet. So aus, als hätte er nicht mehr so viel Holz. Flugbahn ist berechnet. Mein Geld dürfte er auch immer weniger haben. So viele Soldaten hat er auch nicht. Der Rest jetzt kommen die Bogenschützen nach links. Das. So. Dann müssen wir demnächst. Der hat seine Angriffsbogenschützen, hat er nach rechts. Müssen wir mal jemand erklären, seine Belegenheit, wo immer er das macht. So, ihr könnt das sehen. Jetzt schießt mal. Ja, und die Angriffsbogenschützen gehen dort hin. Ihr schießt mal bitte hier etwas ein. So schwer beschädigt war doch mein Bogen gar nicht. Ich geh mal durch das Katapult ein. Geht da weg. Und den tun wir jetzt einfach mal frei. Und hier geht man so. Moment, ist alles dicht. So. Mein Bogen ist euer. Wir geben unser Bestes. So, hier schießt ihr jetzt erstmal das Ding ein. Das ist jetzt ein Problem. Der hat einen Belagerungsturm vor unseren Mauern. Es werden Rekruten. So. Hier stehen Sönche will einen Stopp. Wir haben einen Freund. Kommt mal da hoch. Eine Nachricht von Nazir. Okay, der ist weg. Wie eure Burg über euch zusammenbricht. Nee, eigentlich nicht. Was soll konstruiert werden? Was soll dagegen jetzt so? Und? Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Bogenschätzen bereit. Okay. Darüber. Bin zur Stelle. Ein Nachricht von Emia. Beim Donner. Was für ein Unheil. Ihr kommt mal da einfach hin. Ich komm mal hier rüber. Ich komm mal hier rüber. Dann bauen wir hier mal das Vorhaus neu. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So. Der Bergfriedist kommt mit. Ich komm mal hier rüber. Hervorragend. Bekommt ihr auf jeden Fall viel weniger. Unerreichbar. Eure Befehle. Wie auch immer. Das hat alles möglich gemacht. Und wir werden jetzt Soldaten, sondern da oben das möglich. Weil wir haben doch euch. Was wünscht ihr? Kommt mal her. Eine Nachricht von Nazir. Und wenn ihr uns... Das hat ja schon mal gut geklappt. Haben wir noch eine andere. Das ist noch eine Bäckerei. So. Flugbahn ist berechnet. Holz kriegen die leider noch rein. Das ist schade. Die haben die ziemlich gut gekriegt. Von ist das noch nicht. Aber wir gehen, wie gesagt, in dieser kleinen, wird auch hier schon lange nicht mehr so richtig angegriffen. Weiter Weg. Riebock berechnet. So kann man das einfach anziehen. Flugbahn ist berechnet. Ist mal da hinten. Das 1, 4, 3. Wenn man die kleinen Türme da einschiegt. Mein Bogen ist euer. Flugbahn ist berechnet. Wenn ihr hier mal auf die Schenke schickt. Auf die Schenke auf die Bäckerei. Dachte da erstens. Das ist erst eine Brauerei. Deswegen kam es dann zu. Denke. Das war eine normale Brauerei. Er ist aber nur weg. So. Hier kommt noch hier rüber. Wir müssen hier über all die Gegner schwächen. Der Vazir ist am wenigsten geschwächt. Und er ist im Moment eigentlich das größte Problem. Aber ich kann es im Moment nicht ändern. Er ist am schwersten anzugreifen. Das sieht doch gut aus. Ihr 3 könnt jetzt den Turm angreifen. Während ihr. Ihr dort hinten. Ja schießt davon ein. Bald können wir die Bäckerei. das Torhaus noch einschalten. Ihr unterstützt mal dort hinten. So. Ihr schießt jetzt das Torhaus ein. Füßt auf. Ihr schießt die Bäckereien ein. Nein, nein. Ihr schießt den Kornspeicher ein. Wie viele Bogenschützen hat er wohl da drauf? Mehr zu sagen. Wir benötigen Steine. Flugbahn ist berechnet. Bin zur Stelle. Da kommt der. Es werden Waffen benötigt, Seier. Ich glaube, er wartet, dass es weniger wird. Und eine Nachricht von Vazir. Hört wie die Wüste ruft. Sie sinkt von eurer Zerstörung. Sie sinkt. Wackelich wie ein Kaltenhaus. Ihr ruft. Sie sinkt beim Ruf. Ihre irritierende Anwesenheiten nun schon lange genug erduldet. Es ist Zeit, die Schweißfliegen zu verjagen. So. So eine Bogenschützen habt ihr gut abgewehrt erst mal. Darin nicht zu anstrengend, das alles. Was haben sie schon wieder zerstört? Flugbahn ist berechnet. Bogenschützen bereit. Flugbahn ist berechnet. Eine Nachricht von Vazir. Wieder einmal haben meine Männer eure Monumente in Schutt und Asche gelegt. Steinbrüche auch. Heldenhaft. Ich glaube, ich hatte hier Obstfam. Aber ansonsten. Mein Herr? Komm, zerstört mal das blöde Karakult da. Wir geben unser Bestes. Ist doch unseren armen Turm. Der mag das nicht. So. Bin zur Stelle. Ähm. Flugbahn ist berechnet. Da hat ja praktisch gar keine in die Wirtschaft mehr. Flugbahn ist berechnet. Hinten ist nur eine Bäckerei. Ich brauche nur noch genug Bogenschützen. Es werden Waffen benötigt, Seier. Kommt mal mit hoch. Ein weiteres Schützbereit. Und ihr guckt mal ungefähr, wie viele Bogenschützen dort oben draufstehen. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Ja, das sind ein paar, aber gar nicht so viele. Wir stehen zu euch. Und mal her. Aggressiv zerstört mal die ganzen Gebäude. Bin zur Stelle. Oh, ich glaube da rechts hat er mir noch genug. Es werden Waffen benötigt, Seier. 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 So gesehen, haben wir auf jeden Fall noch gesucht. Ja, wir brauchen so wenig. Ach, eine Eisenmine hat er mir vorhin zerstört. Ich meine, ich hätte hier zwei stehen gerade noch. Ja gut, das können wir nachher nochmal ändern, weil die weg sind. Was ist denn das da hinten? Eine Trägliche. So. Kann ich das nicht dort platzieren? Eine Nachricht von Vazir. Meine Krieger haben mich im Stich gelassen. Der Welträglicher Unverlöscht. Okay. So. Burg steht wieder. Und wir holen die Branche. Und wir holen. Da könnt ihr mal drauf schließen. Da gibt es wieder einen Branche. Die Branche ist berechnet, Seier. Hervorragend. Flugbahn ist berechnet. Das ist aber gemacht. Bogenschützen bereit. Flugbahn ist berechnet. Tribok bereit, Seier. Ja, dort hinten dran kommen. Flugbahn ist berechnet. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Rücken aus. So. Wie weit kriegt ihr die? Da sterben doch einige von ich seinen Leuten. Und da rechts müssen wir jetzt erst mal 15 Bogenschützen hinschicken. Von mir aus. Das heiße ich. Sollte zum Auswählen und zum Eingreifen unterschiedlich kosten. Bin zur Stelle. Eine Nachricht von Vasir. Wieder einmal. Haben meine Männer eure Monumente. In Schoen und Aspen gelegt. Warum ausgerechnet darum. Mein Bogen ist euer. Mein Herr. Ich finde es haben schon die letzten gemacht. Und die sind gestorben. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Tribok bereit, Seier. Flugbahn ist berechnet. Das sind kaum noch welche. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Müsste ich mit euch jetzt erledigen können. In Bewegung. Bogenschützen bereit. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Tribok bereit, Seier. Flugbahn ist berechnet. Mein Bogen ist berechnet. Okay, er hat keine Bogenschützen mehr auf dem. Wir haben einen Rücken aus. Jetzt brauchen wir nur noch genug Mönch. Euer Gnaden. Mein Herr. Ein weiter Weg. So. Euer Gnaden. Ich habe den Eindruck, die Angriffe dauern jetzt länger. Mein Gut, die werden ja auch immer stärker. Und dementsprechend dauern diese Bogen länger. Aber. Ansonsten dauern sie auch gerade. So. Ich verlinne mal noch auf die Bäckerei. Hier schießt man hier vorne den Turmort weg. Und ihr Grabenchen. Dann können wir wirklich mal durch den Graben durch. Und sind wir vorne durch. Diesmal können wir ruhig durch den Graben. Ich habe eure irritierende Anwesenheit nun schon lange genug erduldet. Es ist Zeit, die Schweißfliegen zu verjagen. Nein. Was macht ihr denn? Könnt ihr nicht einfach dort vorne graben? Ich hasse die Grabenchen in dem Spiel. Gut, sieh das schon jeder. Kommt mal her. Guck, die laufen da mit den ganzen Menschen rein. Das ist gerade recht. Ich bin zur Stelle. Meuchelmörder erkennende Mauern, Sire. Bogenschützen bereit. Wir geben unser Bestes. Mein Bogen ist euer. So, schießt das immer gemeinsam den an. Jetzt schießt den. Gehen. So. Vielleicht noch nicht. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Gut. Du hast das Ding auf einen? So. Na klar, so. Das ist jetzt nicht sein Ernst, du Scheißbaum. Dieser Scheißbaum. Das ist jetzt nicht sein Ernst, du Scheißbaum. So. Lauf dem mal entgegen. Sonst war es das nämlich. Sieht doch erst gut aus. Eure Befehle? Das ist fest. Okay, und dann kommt ihr und lauft dort gleich einfach so rum rein. So. Das ist jetzt ein echt großes Problem. Ein bisschen Zeit machen wir es so zu. Eine Nachricht von Nasir. Ich neige mich im Leben. Denen leider nicht sagen, wie sie da reinlaufen sollen. Es werden Rekruten bemühtlicht sein. Der Bergfried ist komplett. Wie kann ich helfen? Ja. Sehr wohl. Der Herr ist allgegenwärtig. Das hoffen. Das reicht hoffentlich. Ihr werdet uns zählt. Ein weiter Weg. Hier kommt man auch noch hier hochkommt. Bogenschützen bereit. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. So, wir haben schon gebraucht. Gut, wenn wir es so spielen und dann die Bäume gegen mich aufbringen, dann mache ich das. So. Also, ich bringe nicht die Bäume gegen sie auf, aber verteidige ich den Turm hier dann auch anders. Ich kann halt jetzt nicht dort den Turm wieder aufbauen. Es werden Waffen benötigt sein. Ach, der hat tatsächlich hingekriegt, das Ding nochmal anzuzünden. Na toll. Die schwarzen Mönche sind ja, meine Freunde. Nein, kommt man auch. Mein Bogen ist euer. So ein Schlamm. Rücken aus. Könnt ihr plötzlich einfach graben. Der Herr ist allgegenwärtig. So, gut, dann kämmt den dort jetzt. So, ist doch egal. Mein Herr. Ja, okay. Eure Befehle. Und drei in die Graben. Bitte die Stelle hier graben. Komm. Kriegst du doch hin, oder? So, es ist offen. Sind auf dem Weg. Das wollte ich. Hätte ich euch nicht vorgeschickt. Wer rastet, der rastet. Bin zur Stelle. Gut. Es werden Waffen benötigt, Seier. Bin zur Stelle. Hier kommt ihr rüber. Ein weiter Weg. Da rechts kam tatsächlich irgendwo ein Ochse durch. Ja. R7 kommt hier hinten hin. Ein weiter Weg. Während ihr hier herkommt. Ein weiter Weg. So. Die schwarzen Mönche sind frei. Du kommst immer da runter, während ihr da hochkommt. Euer Gnaden. Der Herr ist dein Gegenwert. Und dann kommt ihr jetzt hoch. Ich hoffe, der Herr hat da drin mit noch ein Feuer, das irgendwie angezündet wird. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seier. So. Mein Bogen ist euer. Und mit euch können wir dann dort auch noch. Mein Herr. Ein weiter Weg. Bin zur Stelle. Und schwächen. Eure Befehle. In Bewegung. Er kommt hier hin. Kommt ihr hoch, kommt ihr nicht hoch. Das ist die Frage. Wir stehen zu euch. Die schwarzen Mönche sind bereit. Ja, mein Freund. Wenn ihr mich hochführt, wie ich. Okay, wir haben es hingekriegt. Bin zur Stelle. So. Triebock, da rein. Schreie. Die schwarzen Mönche sind. Ja, mein Freund. Ja, mein Freund. Ach, okay. Wir belötigen. Wir belötigen. Triebock, wir belötigen. Wir belötigen. Schreie. Euch können wir dann jetzt mal aufholen. Eine Pause tut gut. Was soll konstruiert werden? Und wir bauen hier hinten Triebock, wir können von dort aus schon mal ein bisschen die Wirtschaft sprechen. Und als nächstes bauen wir dann jetzt eine Armee auf, um von vorne auch noch drauf zu schießen. Es werden Waffen benötigt, Sire. So. So. Mein Bogen ist teuer. Wir können von hier aus den Kornspeicher treffen. Ich habe eure irritierende Anwesenheiten nun schon lange genug erduldet. Direkt schon mal ein bisschen Geld, Boss. Das ist wahr. Fluchtbahn ist berechnet. So. Hervorragend. Fluchtbahn ist berechnet. Lass meine Burg in Frieden, Elender. Wir geben unsere Befehle. Gebäude stehen in Flammenschein. Ich sollstelle. Ein Nachricht vom Enya. Gar nicht zu anstrengend, das alles. Okay. Ja. Flugbahn ist berechnet. Dann schieß dir nochmal den Kornspeicher ein. Hervorragend. Flugbahn ist berechnet. Ah gut, dann schießt ich automatisch. Ähm. So. Ihr kommt noch. Ihr kommt hier hinten hin. Wieso schießt ihr eigentlich nicht auf den blöden Turm? Das muss ich nicht verstehen. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. So. Es wird ein Waffenbild. Die ganzen Schwertkämpfer, die da kommen, das sind sowieso nicht viele. Eure Befehle? Flugbahn ist berechnet. Was der immer noch nicht angegriffen hat, ist ein richtig gutes Zeichen. Bin zur Stelle. Hervorragend. Bogenschützen bereit. Ziel ist notiert. Ihr kommt hierher. Mein Bogen ist euer. Oh, kommt näher. Eine Zeile bereit. Verschießt das ruhig. Mein Herr. Ihr könnt hier ruhig ein bisschen näher kommen. Das Vorratslager ist voll. Nicht ganz so weit nach vorne. Ja, das ist gut. Könnt hier auch gut die Soldaten abfangen. Wahrscheinlich auch gut gehen. Baumeister, wenn er dort rein will, ins Zelt. Jetzt darf ich Schöpfen doch, dass wir es nicht schaffen. So, dann kommt ihr jetzt hier raus. Wir brauchen noch ein paar Baumeister und wir müssen das Tor noch aufmachen. Ein erträglicher Auferlust. So, das Tor steht schon mal wieder. Der Bergfried ist komplett. Und hier steht auch schon mal wieder unser Turm. Was wünscht mir? Die Lagerungsgeräte bemannt. Und wir werden jetzt hier unsere Trieböcke aufstellen. Bogenschützen bereit. So, auch. Mal gucken, wenn ich den kleinen Turm hier einschiebe. So, noch die 18 Bogenschützen hier dazu. Guckt mal her. Wir können mal das Vorratslager leeren. So. Dann... Besetzt noch hier hoch. Beispiel ich will euch auch noch hier oben haben. Gut, der Turm ist nämlich jetzt nicht mehr besetzt. Dann können wir mit euch mal hier hingehen. Ihr könnt theoretisch bis dorthin schießen. Das ist das Ziel. Mein Bogen ist euer. Ihr geht noch hier hoch. So, dass der Turm hier praktisch immer geschossen wird. Und frei bleibt. Damit ich nämlich jetzt hingehen kann. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Schaut mal gut aus. Ist bereit. Verlassen Belagerungsgeräte. Und... Eine Pause. Und eine Aufgabe. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Flugbahn. Das sieht noch besser aus. Ich werde euch niederstrecken. Hier. Oh, du kannst doch nicht drauf schießen. Da auch nicht drauf. Du schießt doch hin. So, schießt jetzt das Ding ein. So, der Turm ist weg. Eine Nachricht von Vasily. Okay, ich weiß nicht. Der hat wahrscheinlich einen von den Steinbrüchen zerstört. Ach, Steinbrüchenholzverlern zerstört. Das ist meine Vermutung. Der ist weg. Dann schießt jetzt dort hinten den ein. So. Ja, gut. Der ist okay. Dann kommt ihr gleich vor, sobald der Angriff da abgewehrt ist. So, und schießt jetzt den Kronenspeicher hier ein. So. Dann wollen wir mal ein bisschen weg. Herr Fuhrer. Wie können wir helfen? Bin zur Stelle. Bin hier bitte hier die erschießen. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Euer Gnaden. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Fünf. Six. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ja, richtig auch Verlust. So. Eine Nachricht von Vazir. So. Wie ist denn? Ihr schießt hier jetzt mal einfach rein. Während ihr nochmal den Kornenspeicher einschießt. Eure Befehle? Flugbahn ist berechnet. Komm. Das werdet ihr wohl jetzt mal treffen. Bin zur Stelle. Es werden Rekrut eine Nachricht von Vazir. Lasst meine Burg in Frieden. Elendor. Er ist weg. Bogenschützen bereit. Ihr schießt nochmal den Kornenspeicher ein. Flugbahn ist berechnet. Mein Bogen ist euer. Ja, die Türme sind weg. Dann schießt ihr jetzt dort hinten hin. Ihr kommt mal hierher. Hier da hin. Wie kommt ihr mal hier hin? So. Versuchen, dich zu erledigen. Das ist jetzt ganz schlecht. Warum ausgerechnet jetzt? So. Das funktioniert ganz gut. Das auf. Okay. Wisst ihr was? Wir machen das mal ein bisschen anders. Ihr baut mir jetzt zwei Türme. Schließt die mal. Wird ja jetzt nicht so schwer sein. So. Und. Kein Punkt, an dem ich ansetzen kann. sind auf dem Weg. Ja, Mensch. Ja, Mann. Kommt mal her. Press das ein. Für die Kronen. Es werden Rekruten benötigt. Hier steht so. Kommt mal hierher. Hier schießt jetzt mal. Ja, schießt von mir aus aufs Ohr. Die schwarzen Mönche sind bereit. Flugbar ist mein Herz. Ihr kommt da mal weg. So. Und wenn wir uns nur noch um den Emir kümmern müssen, dann läuft das sowieso besser. Machen wir jetzt mit euch. Geht mal rein und. Und ein paar Sachen rein. Sklaven. Kommt her mit dem Bogenschützen. Ja, Rücken aus. Hier kommt. Hier läuft man direkt hierher. So. Ja, sieht doch gar nicht. Können wir nur noch diesen Angriff hier überleben. Ich denke, das ist nicht das Problem. Lassen wir die Mühle weg. Eine Nachricht von Vazir. Wir sind schwach. Aber bald werden wir stark. Also das glaube ich ja nicht, dass die noch stark sein wird. Okay. Das passiert jetzt mit der Opfenform. Eine Nachricht von Enia. Gar nicht zu anstellen. Oh, ne. Der hat da eine Opfenform. Ich wollte schon sagen, dass das Feld noch da ist. Ne, ne. Eine Nachricht von Enia. Langsam finde ich Geschmack. Och, ne. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das sieht es mit euch aus. So. Und da bin ich wieder. Ich habe das mal nochmal nachgespielt. Bis ungefähr zu dem Punkt. Wir werden sie zerfallen. Gebt mir meinen Stock. Wo wir das letzte Mal waren. Eure Befehle? Ich dachte, das müsst ihr euch nicht nochmal alles angucken. Na gut, die fünf werden jetzt noch nicht, dass wir beenden. Da brauchen wir schon die. Die schwarzen Mönche sind bereit. Ja, unser Leut ist auch ein bisschen angekratzt. Deswegen habe ich eine Apotheke jetzt hier hingestellt. Das ist wahr. Er hat gebaut. Ich will die mal erledigen. So. Okay. Wie gesagt. Da ist ungefähr die Stelle wieder. Hier hinten sind wir diesmal. Das sichern wir diesmal nicht so stark ab dafür. Ich kriege es diesmal etwas schneller. Wir können schon mal hier rüber gehen. Und das war es dann. War mir ja so weit, dass der schon gesiegt war praktisch. Ich sollte nicht sterben. So. Und dann ist nur noch der Emi übrig. Für Tribock bereit. Zaya. So. Eine Pause tut gut. Tribock bereit. Zaya. Das ging krass. Einen mit ausgewählt gehabt und nicht dran gedacht. Dann holen wir uns mal Baumeister. Wir schießen den jetzt von allen Seiten ein. Es werden Rekruten benötigt, Zaya. Wie können wir helfen? Fühlen wir uns mal sich geht mal noch hoch. Das war völlig übertrieben, aber das ist mir jetzt egal. Es werden Rekruten benötigt sein. Mein Bogen ist euer. So. Ihr könnt mal hier vorgehen und auch mal noch hoch. Ein guter Marsch. Hier bauen wir Drehböcke auf und schießen drauf. Und hier. Sobald der Turm hier eingeschossen ist, schicken wir noch ein paar Bogenschütze da drüber. Ich glaube, ich habe zu wenig Häuser. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, eins zu bauen. Denn da kommen ja nur so viele raus, bis da 24 voll ist. Sie verbrauchen ja nichts, wenn sie nicht da sind. Und abgehen. Bin zur Stelle. Ja. Ein weiter Weg. Also. Was soll konstruiert werden? Hier und für. So. Letztes Mal hatten die schon hier mit dem Color Pulse Turm, also mit der Mangel schließen können. Also bauen wir jetzt hier unsere Belagerungsgeräte auf. Und zerschießen den Turm einfach vor. Bevor er uns zerschießt. Wird nicht ganz so einfach. So. Ich weiß nicht. Wo schießt du? Keine Ahnung. Wir können aber auf alle drei schießen. Das ist unser Fort. Und sie schießen nicht zurück. Das ist auch gut. So. Hier können wir hier rüber. Und. Steine können wir mal verkaufen. Eisen. Nein. Gezwungen. Etwas dagegen zu unternehmen. Flugbahn ist berechnet. So. Das war noch nicht so schrecklich viel Schaden. Aber. Mein Herr. In Bewegung. Am Ende für euch. Eure Befehle. Bravo. Wir haben irgendwas gerade zerstört. Wir werden überfallen. Euer Gnaden. Ich bin zur Stelle. Ein guter Mann. So. Das ist auch schon. Bravo. Bogen schützenbereit. Flugbahn ist berechnet. Mein Bogen ist euer. Ihr hört ja gar nicht mehr auf, mir zu gratulieren. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein, Herr. Ein weiter Weg. Eure Befehle. Er fragt mich wie ein kalten Haus. Feuer. Die Bahn ist berechnet. Gebt uns eine Aufgabe. Alles wie die Hölle. Konstruieren Belagerungsgeräte. Und wir bauen hier kein Pech. Äh. Wir haben Pech gebaut. Ja. Bogenschützenbereit. Ähm. Dann. Kaufen wir mal Obst. Bin zur Stelle. Neue Bogenschütze. Auch das Land. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg, mein Herr. Das ist eure Befehle. Turm ist weg. Der nächste Turm fällt. Triebock bereit. Und noch ein Turm. Okay. Ihr seid alles zu weit weg. Eine Pause zu dir. Können wir helfen. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Und. Triebock bereit. Flugbahn ist berechnet. Das Vorratslager ist in vollem Stellung. Hier kommt man nach vorne. Vorratslager ist voll. 700 Holz. Ja. So viel Holz brauchen wir jetzt auch nicht. War zwar immer gerne viel an. Aber so viel Holz nehmen. Es werden Rekruten benötigt sein. Ein weiter Weg. Bogenschützen bereit. Jopp. Das sieht gut aus. Flugbahn ist berechnet. Mein Bogen ist euer. Da wurde doch ein E-Bog zerstört. Euer Gnaden. Bommel 9. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Mein Herr. Hervorragend. Eure Befehle. Flugbahn ist berechnet. Bin zur Stelle. In Bewegung. Ja. Der Turm ist hin. Flugbahn ist berechnet. Ich bin auf den Kornspeicher. Bogenschützen bereit. Hier kommt jetzt vor. Vorm. Oh, da haben wir auch. Mein Herr. Dann. Gehen wir noch auf die Waffenkammer. Und die könnt ihr eigentlich nicht treffen. Deswegen schießt ihr auch nicht. So. Pist ihr mal die zwei kleinen Türme hier ein. Bin zur Stelle. Um angreifen dürfte er trotzdem kommen. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich meine, ja, das Stein wird da sparen, um die Türme wieder aufzubauen, aber. Bin zur Stelle. Flugbahn ist berechnet. Das ist nicht das Problem. Flugbahn ist berechnet. Zum Rekrutieren braucht er ja nur Geld. Bogenschützen bereit. Und hier kommt man nach hierher. Und hier kommt man nach hierher. Wackelig wie ein Garten. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Ihr seid. Hier kommt man hierher. Ihr kommt hoch. Und ihr kommt jetzt nach da hinten. Und ihr kommt hier vorne. Bin zur Stelle. Und wir schießt mal das ein. Ihr vier schießt die Schenke ein. Und ihr vier schießt die Mühle ein. Ihr schießt jetzt die Schenke ein. Hervorragend. Hervorragend. Und ja. Trocken. Und Speicher ist weg. Eure Befehle. Kommt mal hier drüber. Ihr elf kommt auch mal noch mehr drüber. Ihr Menschen kommt mal hier und zerstört hier alle. Hervorragend. flugbahn ist mein bogen ist euer ja ist noch nicht was wünscht ihr ihr kommt wir sind schon auf 16 herkommen vorrücken wir sorgen jetzt dafür dass immer weniger zeug reinkommt bogen schützen bereit bin eigentlich bis hier vorne hin da dürfte der bergfried euch noch nicht treffen könnt ihr auch noch vorgehen und hier auf den kornspeicher in bewegung hierher das torhaus zerschossen wir kommen immer näher es werden rekruten benötigt sein ein weiter weg mal raus hier schießt mal die waffenkammer ein schließlich bringen bürgen auch viel geld selbst wenn das keine bogenschützen mehr produzieren kann und ihr wird jetzt hier hinten und dann noch ein paar bogenschützen mehr bin zur stelle so eure befehle ein weiter weg in kampf sollt ihr nicht ein anderes mal geführt werden muss so ihr könnt jetzt den bergfried beschließen da sind nicht so viele bogenschützen drauf ok und dann ist praktisch schon frei und wir schicken noch ein paar menschen hoch es werden rekruten problematisch werden noch die pechkippe und dann stellen wir mal schneller wackelig so ihr kommt mal mit hier rüber gut dann könnt ihr jetzt mal hierher kommen und ihr kommt auch hier hoch hier angekommen da kommen sie ok dort oben ist kein pechkippe mehr das dürfte dann funktionieren wenn das spiel sich jetzt nicht aufhängt machen wir mal nochmal auf 60 runter hier stellt euch hier hin damit ihr dem ganzen den Rest geben könnt falls es reicht gut mit fest meine ich dass die wirtschaft komplett verkehrt ist aber das reicht auf jeden fall da oben ist doch der letzte bogenschützer hat keine solz gut und damit haben wir diese mission doch noch geschafft er hat mich halt gerade als ich dort oben war ist er durch eine lücke durchgebrochen hat mich dann besiegt das war halt blöd gelaufen da hätte ich nämlich eigentlich nicht sterben müssen ja 42.000 das war doch eine stunde menge geld aber an die kommen wir nicht ran fast so viel holz wie der emir das ist doch was aber steine eisen das sind wir unangefochten waffen sowieso ja 434 zerstörte gebäude nur 14 verloren und bei diesmal haben wir auf jeden fall die meisten soldaten ausgebildet gut an der stelle schauen wir uns mal noch rascher tod an ach da sind wir jetzt mit friedrich die mission wird schwierig die wird sehr schwierig da weiß ich noch nicht ob ich hier nicht auf armbrust schützen zurückgreifen muss das werden wir dann sehen es kann sein das ist alles sich auf den friedrich fokussieren ob das gut ist weiß ich nicht ja auf jeden fall habe ich vor das mit friedrich zu gewinnen ob das funktionieren wird das werden wir dann in der nächsten folge sehen die der anfang davon müsste noch vor weihnachten kommen an weihnachten bringe ich höchstens das weihnachtsspecial also falls ihr euch da wundert falls dort nichts kommt dann habe ich es leider nicht fertig gekriegt das muss ich dann sehen an der stelle würde ich dann sagen bedanke ich mich fürs zusehen wünschen einen gesehnten tag und wir sehen uns dann beim nächsten mal tschüss